Heyo zusammen und herzlich willkommen zu let's play stronghold crusader hd kreuzzug mit level 12 der wasserlauf und diese mission wird sicher nicht einfach denn wir haben einen höhen nachteil gegen den richard der mit trebuchets ja katapulten und mangen uns ganz schön auf den sack gehen wird er da unten selber zeugs ich glaube es gibt nur nahrung und sonst nix die mission wird absolut fürchterlich weil ich weiß nicht wie ich das allerliebe hinkriegen auch interessant dass ich jetzt hier keinen schwertkämpfer bekommen aber gut dann halt keine schwertkämpfer ist nicht weiter tragisch so ein holzfäller hier ein holzfäller hier hier geht halt wirklich gar nichts das ist das hier ist ganz fürchterlich ich habe schon eine idee wie ich das spiel auch wenn es ein bisschen gecheatet ist aber schauen wir mal so wirklich schönes kleines burg teil und fertig ist da fängt halt der scheiß schon an und dagegen kann ich halt aktuell fast nichts machen das ist so frustrierend ich kann da ein türmchen hinbauen so vielleicht eine balliste draufsetzen kann ich den katapult zerstören und schon ist die balliste tot krass so schnell geht's balliste einfach weg so belastend sehr belastend aber na gut schauen wir mal weiter vielleicht kann ich ja mit einer vielzahl an ambros schützen etwas reißen alter macht null spaß diese mission aber so ist es nun mal kann ich gar nichts dran ändern da muss ich durch so schaut es halt aus nur 12 24 steine habe ich fast gar keine mehr auch sehr belastend hier brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht so ich gehe jetzt hier hoch dann gebe ich mir hier irgendwie so einen kleinen schönen boost einfach dass sie ein bisschen stärker sind die armbrust schützen ich hoffe das reicht aber wahrscheinlich muss ich das irgendwie anders spielen weil das ist doch keine chance dagegen irgendetwas zu machen also furchtbar also furchtbar man immer ist hier der quatsch kaputt aber ich habe noch ein bisschen geld deswegen kommen wir mal weiter so ja machen wir auch gleich also da geht halt wirklich nichts anderes schöner missklick ich weiß nicht wie ich das schaffen soll bei aller liebe nicht ich treffe ja auch nichts ne was greifen die denn da an mein nahrung hat er nicht aber es ist halt so frustrierend ist halt so gut wie tot es gibt doch kein stein und nichts hier ist einfach nur einfach nur schwachsinn und das war's die schießen da alle rum und keiner trifft da auch nur irgendwas so das ist jetzt kaputt aber ich kriege die mannen nicht weg wir geben unser bestes Achtung Achtung und los Uff das ist so teuer oh ich habe keinen angstfaktor mehr okay 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 dann bauen wir hier noch ein bisschen angstfaktor und ähm hier würde ich gerne noch einen hinbauen aber da ist gerade eine frau im weg wie es halt immer der fall ist das volk glaubt ihr seid von äußerst gutem wesen seien dann müssen die halt hier sein 13 nur noch das ist ich hatte halt mal wirklich viele da jetzt ist da alles gestorben was mache ich denn dagegen warte da war's da war's und los keine ahnung wie ich das hier gewinnen ne also ach ich komme hier da auch nicht hin ne das ist hier ich mach irgendwie ich weiß nicht ob das funktioniert so die machen jetzt put ich frage ob ich da ein feuer machen kann oder so ne naja mach mich kaputt ich kann da nicht da hochknallen nicht da hochknallen ach geht halt nix ne freit ab oh jetzt hat es getroffen ahja ich finde eure unsere Lebensmittel vorrennen unsere golds vorrennen wachsen steht ach der nun bitte zerstört ok jetzt trifft er nicht mehr jetzt vorhin hat er doch grad noch getroffen jetzt trifft er da gar nicht mehr also irgendwie war ich nicht so recht ich hatte mal getroffen das war sehr eigenartig ist wieder kaputt was soll konstruiert werden wir machen jetzt noch zwei wenn die Kinder mal weggehen boah diese blöden Kinder was für ne bescheuerte Mission hier wird hier alles kaputt geböllert es ist so furchtbar es muss halt brennen ja mach halt es brennt einfach nicht jetzt ja die Frage ist kann ich mich hier verstecken in so einer Nische und dann von unten auf den Turm drauf knallen so ganz böse das wäre halt das wäre halt vieles ne hat der Brunnen wahrscheinlich ne ja dreifach Brunnen da wird noch viel mit Brunnen sein hat schon wieder aufgehört bin zur Stelle man macht hier halt auch überhaupt kein Geld ne ne Stein hat es nur hier aber da kann man nichts abbauen oh ich finde eure Brun großartig ach es wird nicht so stelle und los vorwärts Mangel bereit Mangel bereit Wir geben unser bestes Sire kurzer Prozess Waffen geschultert Uff Stein verkaufen wir dem nicht Mehl weiß nicht also bei so einer Mission könnt ihr es mir nicht vorwerfen dass ich jetzt hier nicht die wunderhübscheste Superburg bau weil das gibt die Map einfach überhaupt nicht her also bei aller Lieblings was hat er mir jetzt schon wieder zerteppert ich weiß ja nicht mal was er mir immer zerstört wahrscheinlich sowas machen keine Ahnung ich bin zur Stelle ich bin zur Stelle so Balliste ist bald kaputt die lebt noch er hat auch nichts im Ding sehr doch ja gut wirklich viel machen kann er da zwar nicht aber naja ha 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 Mangel bereit sei Achtung ihr seid der zweitgrößte Herrscher Feier hat er doch kein Holz mehr dann ist er doch wobei er war bis dahin naja das ist so dumm das ist so dumm Eure Beliebtheit sinkt why steuern Überfüllung lol hab ich gar nicht mitbekommen und wieder was gestorben wenn die Ballisten mal weg sind dann dann vielleicht aber bis dahin ist halt echt ein Kram na Bogenschützen bereit es wird Waffen so so jetzt sind die Ballisten weg das ist doch schon mal was Achtung Feuer 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 und los Feuer 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 Waffen geschltert da drüben ist mir eine Mangel kaputt gegangen die hätte ich gern wieder Feuer gnaden unser Werkzeug ist ohne eine Aufgabe Leute, bitte. Wenn sie es halt irgendwann mal treffen würden. Ja, vielleicht habe ich jetzt die Oberhand. Mal schauen. Dann bauen wir wieder unsere zwei Feuerballisten, die wir hier haben. Warte mal, da wird ja hier gerade ganz böse angegriffen. Ich werde ja Bono schützen. Sehr strange. So. Und weil ich mir nichts anderes leisten kann, ich kann nicht mal mehr irgendwo was hinbauen. Ich glaube, ich muss diese Waffenkammer abreißen. Genauso wie ich das Brot loswerden muss. Und den Käse, damit ich hier zwei Dingsmacher bauen kann. So ein und so ein. Okay, ist nicht perfekt, ist nicht schön, aber whatever. Wir benötigen Steine. Was anderes kann ich mir grad nicht leisten. So, ich mach jetzt mal ne Burg schön. Dass ich dann noch irgendwann mal angreifen kann. Da fehlt noch ein Miliziner. Boah, es kostet. Aber so muss das halt ne. Uff. Uff. Teuer. Aber meine Burg steht. Hey. Cool. Nice. Nice. Ich hab halt zumindest den Vorteil, dass ich hier unten Nahrung und alles habe. Das ist schon gleich. So. Der hat da gar nichts mehr. Und jetzt, nachdem ich nicht mehr damit abgeknallt werde, kann ich irgendwann auch Zeugs ausbilden. Yay. Nice. Nice, nice, nice. Also die Mission ist doof. Sag ich ganz ehrlich. Wie seht ihr das? Balliste! Ist bereit! Balliste! Wir geben unser Bestes! Balliste! Bereit! Ballon! Also du kannst eigentlich immer auf den Bergflieg ballern. Das ist voll egal. So. Feuer. Weitet sich aus. Wenn es hier drauf geht, das wäre halt so gut, weil da die ganzen Schwertkämpfer sind. Ja, ja, ja. Schön. Oh, das tat schön weh. Sehr schön. Womit kann ich dienen? Na ja, kriegt es nur mal unter Kontrolle. Perfekt. Okay. Das war's. Sehr schön. Jetzt ist halt nur noch abwarten. Ja. Hervorragend. Da geht irgendwann alles kaputt. Da geht irgendwann alles kaputt. Ich frag mich, ob ich überhaupt anderes baue. Ja, mach ich eigentlich schon. Ja. Damit kommt er mir jetzt, ne? Mit einem fairen Kampf. Ja, vergisst das. So, ich bräuchte noch. Oh. Der Kornspeicher ist voll. Uh. Dann kann ich ja hier was verkaufen. Perfekt. Ja, bitte. So, ein Bogenschützen. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Halt, stopp. So. Ihr könnt auf uns zählen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Okay. Eure Befehle? Zur Stelle. So. Das war's. Eine Nachricht von Richard Löbererz. Wo? Wo? Wo hat der bitte schon 16 Truppen? Doch verstecken muss ich mich. Das wird mich mal interessieren. Für dieses Gerät brauchen wir... Wir werden... Eine Nachricht von Richard Löbererz. Meine Welle sind stark. Und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. Wir rücken aus. Und weiter. Also wo halt wirklich? Und Marsch. Das würde ich gerne wissen. Wo soll der die Truppen haben? Der hat angeblich noch 12 Truppen, aber... Hä? Also bei aller Liebe nicht, ne? Wo sollen da noch die Truppen sein? Das ist doch fake. Das ist doch fake. Das ist doch absolutes Gefake. Der hat keine Truppen mehr. Was soll der noch neun Truppen haben? Das ist ja komisch. Der hat noch die Ballister und das war's. Bravo. Ihr könnt uns zählen. Ich hab doch keine Truppen mehr. Ich hab doch keine Truppen mehr. Ich hab doch keine Truppen mehr. Deine. Der hat eine Rekruten benötigt sein. Den hat es nicht. Was werden die Rekruten benötigt sein. Der hat eine Rekruten benötigt sein. So wurde ich besiegt, und meine Garten in dieser Edelbe-Scheißen in dieser Edelbe-Scheißen in dieser Edelbe-Scheißen. Macht's gut, bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020